Im heutigen Video, ihr habt vielleicht wie schon so oft die Überschrift übernommen, geht es darum, dass ich ein Video plane, in dem ich Apps vorstelle, die ihr euch wünscht. Das heißt, ich habe ja zum Großteil immer selber rausgesucht, zu was für einer App ich jetzt ein Video mache. Ganz selten haben mich Entwickler angeschrieben und haben gefragt, ob ich ihre App nicht vorstellen will. Teilweise habe ich es gemacht, teilweise nicht. Großteil der Apps, die ich aber so vorgestellt habe, wurden immer von mir persönlich ausgesucht. Und Ausnahme, ich habe vor geraumer Zeit, also es ist glaube ich mittlerweile ein, zwei Jahre schon her, ein Video gemacht, da habe ich mich zum einen das erste Mal gezeigt. Ich kann es euch gerne hier oben verlinken, dann könnt ihr da mal draufklicken. Und ich habe es genannt, eure Wunsch-App-Review. Sinn war, ihr konntet Kommentare schreiben mit Apps, die ihr gerne von mir getestet haben wolltet. Und wenn dann andere Nutzer auch für diese App waren, haben sie dem Kommentar einfach einen Daumen hoch gegeben. Und am Ende habe ich dann die drei Apps genommen, wo am meisten Daumen nach oben waren und habt ihr euch in einem zukünftigen Video vorgestellt. Da es sowas schon lange nicht mehr gab, habe ich mir das auch jetzt überlegt, dass ich also ein Video machen werde, in dem ich eure Wunsch-Apps vorstelle. Was müsst ihr es also machen, damit eure App dabei ist? Schreibt unten einen Kommentar mit der App, die ihr gerne getestet haben wollt. Und wenn ein anderer Nutzer das Ganze gut findet, also auch sagt, hey, die App hätte ich gerne getestet, dann einfach dem Kommentar einen Daumen hoch geben. Das heißt, wenn man es zum Beispiel, als Beispiel Angry Birds, jemand hinschreibt, nächste Nutzer kommt und sagt, hey, ich hätte Lust auf Angry Birds, dann brauche ich natürlich den Kommentar nicht nochmal schreiben, sondern einfach dem Angry Birds Kommentar einen Daumen hoch geben. Ich werde das Ganze so, ja, ein, zwei Wochen beobachten, je nachdem, wie viele Kommentare gepostet werden und wie viele von euch da mitmachen. Und dann werde ich mir die Apps raussuchen, die eben am meisten Daumen hoch haben. Sollten es viele sein, können es auch gut und gerne mal zwei, drei Videos werden. Das heißt, dann mache ich eure Wunsch-App-Review 1, 2 und 3. Ist es jetzt recht überschaubar, dann gibt es halt ein Video, in dem ich zwei, drei, vier Apps teste, je nachdem, wie viel ihr da mit den Daumen nach oben wählt. Und ich dachte, es ist sicher mal eine ganz nette Idee, um da mehr wieder euch mit einzubringen, dass ihr auch ein bisschen den Inhalt der Videos beeinflussen könnt. Wie immer, ihr könnt mir natürlich auch gerne auf den sozialen Netzwerken folgen, sei es Facebook, wo ich Brennerchen 13 habe, Twitter, wo ich Brennerchen heiße, Google Plus. Ich verlinke das wie immer alles unten in der Videobeschreibung und blende euch auch immer wieder die Namen hier überall ein. Probiert da wirklich aktiv zu posten, ich möchte wieder näher mit euch in Kontakt treten, also da einfach regelmäßig vorbeischauen und auch gerne, wenn ihr Fragen habt, mir Nachrichten schreiben. Ich schaue wirklich, dass ich soweit alle Nachrichten beantworte. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch und euer Abo freuen. Denkt wie gesagt daran, die App, die ihr gerne getestet haben wollt, einfach unten als Kommentar schreiben. Sollte es die App schon geben, beziehungsweise steht sie schon von jemand anderem dran, dann diesem Kommentar einfach einen Daumen hoch geben. Und so sehe ich dann recht schnell, welche App ihr denn gerne getestet haben wollt. Und je nachdem, was für eine App es ist, vielleicht kann ich da auch mit dem jeweiligen Entwickler irgendwas arrangieren, dass es dann vielleicht für die App sogar ein Giveaway gibt oder so. Seid da mal gespannt, ich plane da wirklich einige coole Sachen in Zukunft. Also einfach fleißig weitersagen, umso größer die Zuschauerschaft ist, umso mehr interessante Giveaways und dergleichen kann ich auch planen. Schaut euch mit den Apps da um. Wenn euch eine App interessiert, schreibt es als Kommentar. Wählt die Apps, die euch interessieren, nach oben mit einem Daumen hoch. Und ich schaue dann in Zukunft, die nächsten 2-3 Wochen, welche Apps ihr haben wollt und wozu ich euch dann ein Video machen werde. Soviel jetzt zu diesem Video. Ich hoffe, euch gefällt die Idee und ihr beteiligt euch da rege. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.